Musik Vielfältig, aufregend, einzigartig. Musik Innovativ Aber, was auch dazu kommt, ist die Arbeitweite, die Veränderung. Musik Musik Ich finde es halt total toll, dass es sehr stark inhaltsbasiert hier ist, dass wir hier starke Referenten haben, die wirklich Kuryfälen des Marketings sind. Und dass wir diskutieren, hinterfragen und selber diejenigen sind, die die Zukunft des Marketings gestalten. YouTube-Stars füllen Hallen. Das ganz eindeutig, ganz Besondere ist, dass wir uns einen ganzen Tag gönnen, wo wir nochmal die ganze Bandbreite des Marketings im Prinzip aufzeigen. Wenn man sogar unabhängig vom konkreten Thema aufzeigen, was für Facetten Marketing hat. Musik Bleibt neugierig, denn das ist das, was euch euer Leben lang immer weitertragen wird, dass ihr neue Dinge sucht und neue Dinge findet und euch immer auf neue Dinge einlassen könnt. Musik 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 Das Besondere ist, dass wir hier eine Versammlung haben von Studierenden, von CEOs und von Professionals. Musik Die sich wirklich über zwei Tage hinweg intensivst mit dem Thema Marketing von morgen beschäftigen und dabei auch noch ziemlich lange durchhalten. Applaus Musik Musik Schön, dass ihr da habt. Applaus Musik 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 Musik